Hey, du bist mittendrin in der Tutorial-Reihe, wie du Minecraft-Mods selbstständig auf eigene Faust auf der neuesten Minecraft-Version installieren kannst. Und das Ganze natürlich wie immer hier für Mac und Windows gleichzeitig. Ja, das hier ist der Säubern-Part, eigentlich der einfachste Part, aber wenn du den vorherigen noch nicht gesehen hast, den Download-Part, denn das hier ist Part 2, habe ich dir auch noch mal in der Beschreibung verlinkt. Aber wenn du sagst, du willst nur das Säubern wissen und das Downloaden weißt du schon alles, dann kannst du dir natürlich auch nur diesen Part hier angucken. Ja, also das Säubern ist der einfachste Part, wie schon gesagt, aber es ist auch ein Part, den man nicht unbedingt machen muss, manchmal zumindest, manchmal muss man ihn auch machen. Das kommt immer darauf an, wie verschmutzt dein Minecraft-Ordner ist und wie viel Mods du schon installiert hast. Ich mache ihn eigentlich immer, bevor ich Mods installiere, da ich dadurch ausschließen kann, dass irgendwas nicht funktioniert oder der Mod nicht funktioniert, weil mein Minecraft-Ordner verunreinigt war. Denn wenn ich das vorher säuber, dann weiß ich, so wie ich es gerade gemacht habe, so funktioniert es auch dann bei allen anderen nicht oder es funktioniert ebenso bei allen anderen. Das heißt, da schließt du sozusagen was aus, was bei mir persönlich verunreinigt sein könnte. Deshalb würde ich das auch raten, bevor du Mods installierst und dafür gehst du erstmal in deinen Minecraft-Ordner. Falls du nicht wissen solltest, wo der Minecraft-Ordner ist, habe ich natürlich hier oben nochmal ein Tutorial verlinkt, oben rechts. Aber ich denke mal, die meisten wissen das schon, insofern denke ich, die meisten brauchen diese Nachhilfe noch nicht angucken. Aber wenn du es brauchst, auch kein Problem, guck es dir an. Gut, in deinem Minecraft-Ordner kannst du, ich werde hier erstmal das schließendes Download-Ding, in deinem Minecraft-Ordner solltest du jetzt erstmal dein Minecraft-Ordner Sicherheitskopie machen, also erstellen. Das heißt, du gehst zurück und dein Minecraft-Ordner würde ich dir raten, einfach mal auf den Desktop zu kopieren. Also Command-C und Command-V sind dort die Shortcuts oder Steuerung-C und Steuerung-V. Und dann wird das Ganze schon auf deinem, ja, kopiert oder auf deinem Schreibtisch wieder eingefügt. So, das dauert natürlich eine Weile, das ist 100 MB, das ist auch nicht wenig. Das lässt du natürlich runterlaufen, ohne dass du was machst, denn dann haben wir den Vorteil, wenn jetzt irgendwas schief gehen sollte bei der Mod-Installation, kannst du einfach wieder diesen Ordner einfügen, durch diesen, den Minecraft-Ordner ersetzen, den wir jetzt hier modden. Und dann ist nämlich alles wieder wie vorher, das heißt, du kannst nichts kaputt machen. Das ist doch schon mal eine schöne Aussicht. Und, ja, jetzt in deinem Minecraft-Ordner markierst du alle Latein. Das kannst du machen, den du hier mit der Maus über alle drüber ziehst, oder du machst den Shortcut Command-A auf Mac oder Steuerung-A auf Windows, also String-A. Und jetzt hältst du auf Mac Command, also die Taste cmd gedrückt oder auf Windows hältst du Steuerung gedrückt, also String-S-T-A-G. Und wenn du die gedrückt hältst, klickst du jetzt auf einzelne Sachen, die du nicht löschen willst oder nicht markieren willst. Und ich sage dir jetzt, welche du nicht löschen willst. Du darfst auf keinen Fall löschen deinen Saves-Ordner, denn dort sind deine Welten drin. Du darfst nicht löschen deine Servers-Datei, weil da sind die Servers gespeichert, in die du immer reingehst. Deinen Stats-Ordner würde ich auch nicht löschen, das sind deine Achievements und so weiter. Dann den Versions-Ordner auch nicht löschen, das sind deine gemoddeten Minecraft-Versionen oder überhaupt deine Minecraft-Versionen. Dann würde ich nicht löschen die Launcher-Profiles, das sind die Profile, mit denen du immer dich in Minecraft einloggst, das heißt, welche Version du dich einloggst und so weiter. Und, aber noch einmal vergessen, genau die Options-Text-Datei, die würde ich auch nicht markieren, weil dort sind die Optionen drin und natürlich dein Resource-Pack-Ordner, denn dort sind deine Texto-Packs drin oder eben deine Sound-Pack, wenn du welche installiert hast. Den Rest markierst du alles, wie gesagt, das können mehr oder weniger Eis bei mir sein. Und du kannst jetzt gestrost in deinen Papierkorb schmeißen, denn wie gesagt, wenn irgendwas schief gehen sollte, haben wir immer noch dieses schöne Backup gemacht. Also, wenn du die jetzt in deinen Mülleimer geschmissen hast, dann kannst du Minecraft auch schon neu starten, denn jetzt laden wir uns die ganzen Dateien neu runter, zumindest alle wichtigen, und dann haben wir die ganz frisch runtergeladen und die sind bei jedem gleiche, das heißt, die sind bei dir genauso wie bei mir und dann wird alles auch bei dir genauso wie bei mir funktionieren oder eben nicht funktionieren. So, Startprofil solltest du natürlich ein normales Startprofil nehmen und dann einfach kannst du sehen, dass du schon mal hier bei Edit Profiles die Version auswählst, auf der du deinen Mod installieren willst. Ich habe zum Beispiel hier 1.6.2 und sage Save Profiles und jetzt haben wir natürlich wieder dieses Problem, dass Minecraft erstmal alles durchladen muss. Du siehst hier unten am Balken, das heißt, Minecraft erstellt sich hier die ganzen Dateien neu, zum Beispiel den Assets-Ordner, den hatten wir eben auch nicht, den lädt er jetzt ganz frisch runter. Wie gesagt, 100 MB, das kann ein Weilchen dauern. In der Zeit kannst du dir gerne nochmal hier links angucken, was es so schöne für Versionen gibt. Wie gesagt, nochmal, das Ganze, die Variante, die ich hier zeige, ist auf allen Versionen gleich, die mit dem neuen Minecraft-Launcher hier funktionieren. Das heißt, auch mit 1.7, 1.8, 1.9 funktioniert das Ganze genauso. Da ändert sich natürlich nichts. So, und wenn das Ganze schon durchgeladen ist, hast du die Dateien neu und jetzt loggst du dich nochmal ein. Du hast hier dieses komische Problem, oder ich habe das jetzt hier gerade, dass nur Play Offline steht. Kann man sich aber ausloggen und wieder einloggen mit deinem Passwort und Username und dein Play klicken und dann solltest du auch im Online-Modus sozusagen sein. Du siehst, hier laden sich nochmal ein paar Dateien neu und hier erstellen sich nochmal ein paar Sachen. Und wenn das durchgelaufen ist, dann kannst du Minecraft endgültig schließen, denn dann haben wir alle Dateien runtergeladen, die dort wichtig sind. Denn das ist es nämlich eigentlich auch schon vom Säubern-Part. Wir warten noch, ob Minecraft wirklich gut startet, ob alles hier auch gut geht. Genau, hier haben wir es. Und dann genau Minecraft wieder zumachen, denn Minecraft muss unbedingt zu sein, wenn du Minecraft-Mods installierst. Jo, das war auch schon der Säubern-Part. Du siehst, es ist sehr einfach. Im nächsten Teil kümmern wir uns dann um die Installation, das heißt, wo fügen wir die Mods ein, damit sie funktionieren. Und nochmal die Unterschiede zwischen Forge-Mods und normalen Mods, das hebe ich da nochmal hervor. Insofern, der nächste Part ist nochmal hier unten rechts verlinkt, dann brauchst du dir keine Mew machen und solltest alle Parts von meiner Beschreibung. Jo, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Viel Spaß damit und ja, viel Spaß beim Minecraft-Mods installieren. Bis zum nächsten Part. Ciao! Bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Part.